Wenn du 200 Calls machst, entweder kannst du auch 220 Calls am Tag machen. Wir sind in den Markt reingekommen, wo es normal war, keine Ergebnisse zu liefern. Business ist das einzige letzte wahre Abenteuer, was es noch gibt. Wenn zum Beispiel jetzt drei Millionen Euro Umsatz gemacht worden ist, dann wird halt jetzt nicht zwei Wochen gechillt. Die entgehen dann aber, wenn der im Homeoffice sitzt und ich eine Woche lang nicht mitbekomme, dass der gerade schlecht drauf ist, dass ein Hamster gestorben ist. Keiner zeigt diesen Weg. Wir gehen diesen Weg. Alle Leute, die da draußen im Markt sind, schauen nur auf uns. Findet ihr noch? Oder habt ihr gerade angefangen, das Ding zu wechseln und du dachtest, es ist vorbei? Wieso findet ihr jetzt gerade nicht, wie ich hier gerade stehe und rede? Was für ein Problem? Ernsthaft jetzt. No joke jetzt.